Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und in diesem Video habe ich diese Krone auf meinen Menschen mit meinem Geburtstag nachfeiern. Aber in dem Video geht es auch gar nicht darum, sondern um mein größtes Geheimnis und ich darf es endlich sagen, denn ich bin 14 seit dem 6.3. Und man darf das so irgendwie gesetzlich nicht, dass man, bevor man 14 ist, das so sagt, wegen dem Schutzgesetz und so. So die Bedingung war, wenn ich mit YouTube anfange, dann sage ich halt mein Name nicht und das habe ich es nicht dann für euch Pinky. Morgen um 15 Uhr, also am Montag, den 13.03.2017, wird eine große Veränderung auf meinem Kanal stattfinden. Das Profil wird ja schon verändert, obwohl ich es aus Versehen gemacht habe, aber egal. Dann wird meine Kanal-Info geändert, meine Infobox, meine Social Medias werden geändert und vor allem mein Kanal-Banner und mein Kanal-Name. Wie ich dann auf meinen Social Medias heißen werde, steht dann halt auch auf dem Kanal-Banner, denn der Kanal-Banner wurde richtig cool, finde ich. Aber ihr könnt mir dann ja auch mal in die Kommentare schreiben. Obwohl das so mega auf dem Geschenk von mir stand, in deinem Weihnachtsgeschenk. Ja, genau! Und voll viele Menschen haben es sich gemerkt, dass so mein Name schon in richtig vielen Videos zu sehen war und einen live liest und alles nett für mich gerade. Und zum Beispiel in dem Weihnachtsgeschenk-Video, da hat Dagi mir ein Geschenk gemacht und da stand mein Name drauf. Und es haben, glaube ich, zwei Zuschauerinnen und sonst nur meine Freunde gemerkt. Und ja, das war's. Irritiert mich voll! Sorry! Das Lustigste finde ich, wenn jemand schreibt, mach keinen Drama aus deinen Namen, sag ihn einfach, weil dann interessiert sich die Person ja für meinen Namen. Aber möchte, dass ich kein Drama daraus mache, obwohl sie ja eigentlich das Drama drum macht, wisst ihr, was ich meine? Und in dem Titel steht ja mit dem größten Geheimnis. Und mein größtes Geheimnis sozusagen ist ja mein Name, weil ihr mich nur unter Fiki kennt oder XP Cupcake. Und deshalb möchte ich euch das Geheimnis natürlich nicht vorenthalten, wenn ich es in den Titel schreibe. Und mein Name ist Jackie Alice. Mit so special effects und wow! Und Glitzer und Einhörnern und Avocados und alles. Mit Avocados? Ja, wir werfen jetzt von der Avocado. Das war's für heute Video. Tschüss!